Willkommen zum zweiten Teil. Heute testen wir zwei Kometbienen. Einmal noch mit Cover und die andere Kometbiene ist bloß weiß einfach. Wir fangen an mit der Kometbiene mit Cover. So und jetzt die Kometbiene ohne Cover also weiß. Biene mit dem Cover besser. Und da sehen wir uns beim dritten Teil.